So, Alter. So, gehen wir runter. Ja. Ab die Post, Alter. Also ein Tag, oder? Wieso ein Tag? Das geht ja mega schnell vorbei. Und eine Nacht. Oder nur ein Tag. Kein Plan, Alter. Scheiss egal. Oh, kann man da mitnehmen? Du kannst ziemlich alles mitnehmen, was geht. Ja, nein. Du tust so grossige Fette. Ich kann keine Waffe. Warte, ich kann... Ähm... Ich habe eine Waffe, Alter. Du hast keine Probleme, Alter. So. So, und jetzt... Wo sind die jetzt? Warte, ich nehme mir das Fass mit. Ja, ich habe auch ein Fass. Warte, warte. Warte mal. Ich mache jetzt so ein wenig... Weltumgestalten. Nein, mach es doch nicht. Warum nicht? Schau mal an, das ist mega viel. Ja, ich habe noch zwei mehr gehabt. Ich habe auch noch mehr, Alter. Ich habe auch noch eins. Ganzes. Also, stell es mal hierher. Wo? Oh! Oh, fuck. Kaktus. Lass mich dann bitte Zombies looten, dass ich vielleicht... Warte mal. Kaffee, ich würde nicht da hinten stehen. Nein, nein. Nur so by the way wäre vielleicht... Oh, fuck! Fuck! Er rennt einfach ein Kaktus in einem Mongo. Ja, es hat weh getan. Ah, nice! Weniger kaputt, als ich dachte. Alter! Er segelt halt. Musst du eigentlich schaue, wo die allerlaubenste Huren mit dem Mongo? Ja, wir hätten dann kaktieren bis anfangen. Oh, fuck, das ist mein Sleeping. Warte mal, Raffi. Ah, ich bekomme... Ich bekomme aber, glaube ich, den Match wegen... Hunger. Hast du mir jetzt eine gefedert, ey? Ja. Ah, so fuck, Alter. So, ich habe nichts mehr zu fressen, Alter. Ich brauche unbedingt etwas. Ja, ich muss Wasser an. Ja, dann gehen wir weiter. Ja, was soll ich sagen? Ich habe gar nichts. Gugus gewesen. Gugus geblieben. So, wo gehen wir hin? Gehen wir jetzt nach vorne? Oh, dort hinten ins Häusern. Ja, dann gehen wir dort hin. Äh, gehen wir dort hin. Gehen wir dort hin? Gehen wir dort hin holen, oder? Gehen wir dort hin? Ja. Unbedingt. Ja, Mann. Gehen wir schauen, was dort hin und so. Weisst du? Ich nehme aber das Holz mit. Äh, schade. Oh, da hat es deftig viele Häusern. Aber schau mal. Oh. Ja, schau auf der Mappe. Was zum Teufel ist das? Schau auf der Mappe. Da bin ich noch gar nichts hin. Das habe ich noch gar nicht gesehen, Alter. Das Ding. Ja, da ist ja kein... Aber auf der Map sind die Häuser da gar nicht gezeichnet. Nein, es ist einfach nur so ein Fleck. Ja, mega grusig. Mega engrusig, Alter. So. Loot, Loot, Loot. Ja, Loot du mal, Alter. Hure fette. Ah, das ist das Testhaus, was wir machen. Da hat es mega viel Wasser im Ball. Egal. Egal. Da hat es mega viel Wasser. Egal. 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 Das ist übel schnell geworden. Du musst nicht im Haus sein, du Lobby. Ja, wo will ich denn looten? In den Autos, aber die sind schon alle gelootet, weil ich die schon alle gelernt habe. Ist bei euch alles im Loot? Ja, Mann. So ein Flachwiss. Es sind immer noch die Besten. Ja, Mann. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow. Hat es da etwas zu essen? Es hat mich eine fast umgebracht. Schon noch traurig, Alter. Ja, die grusigen Krankenschwister. Die finde ich mega hässlich. Ich habe Potato Seeds. Mega gut, super. Es gibt gar keine Herdeffel-Samen. Gut, das weisst du, Joeli. Was, Mann? Das ist wirklich, das gibt es nicht. Ich habe ihn nicht gewusst, oder? Ja, logisch. Es sind nämlich etwas ganz anderes. Das sind Bauern, oder was? Was ist da wieder so ein Grusiger rum? Was will der überhaupt von mir? Ja, hey, hast du gemeint? Hahaha, verdammt. Hast du gemeint? Hast du gemeint? Das ist falsch gemeint, Alter. Kann man nicht irgendwie... Man kann doch die Dinge anpassen, oder? Aber man kann gar keine Optionen, wenn man am Gamen ist. Nein. Ach, Gott. Ja, Alpha und so, weisst du. Ja, Schnauze-Alpha. Ja, sollte schon alles funktionieren, oder was? Deiner Meinung nach. Ah, der hat jetzt auch noch Potato Seeds. So ein Scheiss, Mann. Was soll das? Nichts. Noch mehr Potato Seeds. Ja, er hat schon alles... Hey, ich habe irgendwie... Habt ihr irgendwo Painkillers rum? Ich stürme fast. Ich habe ja... Einen. Warte, ich komme zu euch. Oder Essen habe ich sonst auch noch. Ja, Essen habe ich auch, aber... Heilt mich das nicht? Nein, das heilt mich doch nicht. Warte, ich habe Painkillers. Wow, ich habe mega viele Iron-Ingots, Alter. Wirrgeil. Wirrgeil. Oh, die haben mich nicht so hoch. Wow! Was? Was hast du, ein Schrotz? Hey! Was? Läuft? Irgendwer hat mich angeschossen. Ich nicht. Ich nicht. Ja, ja. Nein, und ich bin da im Haus. Ich habe da auch im Moment ganz andere Probleme. Sehr nice. Gibt was? Collect Half Pole Wood Pole. Okay. Ja, nein, nice. Ja, und jetzt? Wie wollen wir so vorgehen? Rein... Asi-technisch. Alter, da hängt einfach ein... Luft bei mir. Was für eine Strassenlampe. Aha, ja, die habe ich vorhin runtergeschossen. Stimmt, also der Pfahl zumindest. Kann man das Ding auch runterholen? Ich meinte, das hat die Physik. Ja, hat sie auch. Ja, ja, eine sehr gute. Ja, Alpha und so, Alter. Vor allem geht das Ding kaputt. Ist auch nicht geil. Ja, ja, whatever. Also, wann wollen wir? Wir spielen. Ah, die lebt noch, die Nutze! Was läuft mit der? What the fuck, Alter? Reisst ihr zusammen, Mädchen? Aber sie ist hot. Ja, mega. Auch da vorne sind wir. Also, laufen wir mal in die Richtung, oder was? Ja, komm, wir laufen mal. Warte, ich muss nachher... Gibt es denn etwas in die Richtung ungefähr? Äh, nein. Nein. Was, nein? Nein, es gibt nichts in die Richtung. Gar nichts? Oh, shit, schade. Ja, dann müssen wir... Gehen wir zum anderen Courtland, das grosse Gebäude. Ah, ja, voll dort hinten. Welche Richtung ist das? Und hier, schau doch mal, du homo. So, dann da... Ja, da links rüber, meine ich. Wie, da links rüber? Wie, da links rüber? So, rüber. So, in die Richtung. Ja, genau. Ja, dann gehen wir dort. Oder sind wir dort schon gewesen? Nein, da sind wir noch nicht gewesen. Wir kommen ja von der anderen Seite. Zeig du das an, was man schon aufgedeckt hat, oder? Was man schon gesehen hat. Nein, nein, zeigt alles an. Ich glaube es zumindest. Aha! Ich bin einfach begrenzt. Weisst du, was es könnte sein? Was ist das dort hinten? Das ist der verbrännte Wald. Ah doch, voll dort müssen wir noch. Schade. Der verbrännte Wald? Ist der Thermonuklear auch... ...beschädigt? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich weisst du so. Aber können wir kein Problem mit der... ...atomkommission. Mit der PETA. Ja, mit der PETA. Nein, nein. Mit der PETA. Was kann ich mit der... ...Candy Tin Can machen? Noch nichts. Mit denen kannst du noch nichts machen. Du musst zuerst das Ding finden. Gut, habe ich es. Ja, mega geil. Naja, dann kannst du die Dreadmine machen. Dieser Scheiss sieht aus wie du hübsch, Alter. Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Vielleicht sieht es... ...gleich aus? Ah, Mann! Wo seid ihr? Ah, da oben seid ihr, Mann! Ihr seid schon alle... Beautiful Monster! Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Oh, was ist das denn? Ah! Aber das Gebiet, dann... Was hält die denn? Doch! Oh, jetzt... Schau mal das an, Mann! Ah, das ist jetzt der Gummerhane-Wand! Uuuuh! Los Fabricos! Ja, das sieht böse aus, irgendwie. Ja, Mann! Ja, wenn wir mal schauen... Ich will unbedingt auf den Turm rufen! Kommen dort rüber! Auf den Turm? Ja, Mann! Welcher Turm? Ah, der, der... Ja, irgendeiner geht eh runter, weiss... Scheiss! Sieht aus wie einem... Sieht aus wie einem Penis, Mann! Schau mal! Schau mal! Ja, jetzt sieht der Luttu einfach mal alles! Er hat jetzt ziemlich viele Zombies, irgendwie! Dort oben! Ja, Mann! Wo oben? Nein! Nicht auf dem Turm! Nein, nicht auf dem Turm, aber... Ah, ich habe gerade drei Waffen aufgenommen, aufs Mal! Oh, jetzt hätte ich fast auf das Fass geschossen! Ja, ich habe es... Als ich vorbeigelaufen bin, hätte eigentlich gar irgendeiner... ...hat sicher noch das Gefühl, er muss! Was? Oh, mega fett! Und jetzt? Was gibt es da so? Nüüd! Mega fett! AAAAAAAA! What the fuck! Irgendwo durchglitscht, Alter! Ich glaube es nicht! Nein! Alle meine schönen Waffen weg! Nein! Aber hast du gestorben? Ja, Mann! Ich habe aber wenigstens... Oh, shit! Shit! Ja, ich habe noch drei Pistole im Inventar, sonst... Hast du? Ja, ich habe auch noch Pistole, aber ich habe keine Munition erfüllt! Das ist mega praktisch! So, dann gar nichts! Nein, 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 nein! Ich kann mir noch laden! Mit R? Ja, ich habe... Aber du musst die Munition im Ding haben! Nein! Doch! Oh, Gott! Ist im Fall kein... Ist im Fall kein Witz! Nein, ich habe es gemerkt! War das hier oben, Raffi? Ach so! Wie? War das hier oben? Nein, nein! Komm mal! Nein, das ist nicht gut! Du fliegst einfach hoch! Das klingt so scheiße! Auf dem Turm ist mega scheiße! Dort bin ich einfach durch den Boden durchgelitscht! Das ist mega asozial! Finde ich mega unfair, Alter! Ah, du bist da oben! War schlecht, dass der Claudio rauf fliegt! Einfach... Mit einer Leitere! Mit so einer Waffe! Warte, ich habe es auch gesehen! Ich habe es auch gesehen! Wow! Jetzt habe ich etwas Schönes gefunden! Meine! Was? Ich habe sie aufgenommen! Rocket Launch oder was? Nein, Submaschine Gun! Die habe ich aufgenommen? Nein, die habe ich aufgenommen! Ich habe auch eine im Inventar! Die war vielleicht schon vorher! Die war vielleicht schon vorher! Die war vielleicht meine! Hast du auch eine jetzt? Oder was? Ist sie auf dem Turm gewesen? Oder was? Also eine war in so einer Tasche! Scheisse! Der Turm ist eingebrochen! Oder ein Teil davon! Und der Claudio ist einfach runtergefallen! Ist sie gestorben? Ja! Du spawst gerade dort, wo ich spawnte! Ja! Er ist ein armer Seich! Zum Glück habe ich meine MP5 noch in die Lische runtergenommen! Damit sie ein Jahr weggeschüttet! Ja! Wow! Nein! Ich bin auch runtergefallen! Pfff! Jetzt sind so mongos! Ich habe ihn einfach eingebricht! Ja! Aber wir sind auch einfach ein Stück! Stol! Zum Glück habe ich meine MP5 auch da unten gehabt! Zum Glück habe ich jetzt MP5 gefunden, Alter! Und natürlich ist mein Schlafsack auch weg! Nein! Der ist dort! Ja! Ich kann ihn einfach aufnehmen! Nein! Ja! Super! Jetzt muss ich wieder zu euch! Ich lasse ohne Waffen und ohne nichts! Wo bin ich gespawnt? Auf dem Ding! Schau doch mal wo du gespawnt bist! Nein! Die andere Richtung! Drehen dich um! Nicht gegen den Fluss! Umkehren! Nicht gegen den Fluss! Das ist er! Das ist der Horli! Das ist der Horli! Ich bin gar nicht auf der Map! Also ich sehe zwei Leute auf der Map! Ja eben! Ja, ihr seht ja zwei! Aber wo sind wir? Also wo ist der andere so? Also einer! Ah! Der andere ist ja mega im Arsch! Wieso besinn ich mich nicht? Doch! Doch! Du bist mega weit, Alter! Wo sind ihr? Also wo ist der Dylan eigentlich? Oder wo treffen wir uns? Oder wo gehen wir ran? Es ist jetzt irgendwann Nacht im Fall! Ja, eben! Ja, mega gut! Ah, das geht alles so schief! Alles ist im Arsch! Ich gehe mal gegen den Horli so in die Richtung! Also ich bin gerade beim Zelt dort! Wo das Zelt symbolisch ist! Ja, ich habe gerne den Zelt jetzt! Ja! Okay! Ja, ich auch! Dann treffen wir uns wieder am Startpunkt! Das ist genial! Super! Am Startpunkt bin ich! Besser hätte... Nein! Was nein? Du hast doch... Du hast doch deinen scheiss Schlafsack da und da gekannt! Dann hättest du eigentlich bis ins Fahne, oder? Ja, hätte ich eigentlich müssen, ja! Aber ich habe ihn wieder aufgenommen, denke! Aber? Du hast ihn wieder mitgenommen, du Mongo! Ja, sicher! Ah! Ja, dann bringt's Westgang! Logisch! Nimmst du ihn wieder mit? Ja, ja! Ja, sicher! Nimm ihn mit! Nein! Wieso nicht? Weil dann... Weil dann... Ja, wenn man wieder zurück möchte! Schon, ja, eigentlich! So ein Scheiss! Nein! Er ist so ein Mongo, Mann! Aber scheiss ich! Ich komme verdammt nicht auf die Leiter hoch, weil es so viele Zombies hat da! Wenn du nehmst, dann gehst du zu zelten, dann nimmst du zu schlafen wieder mit! Ich nehme ihn wieder mit! Oder auch nicht! Ja, logisch nimmst du ihn wieder mit! Aber wir gehen ja hier nicht zu zelten, du dummer Sie! Ah, da ist kein Zeltsimulator! Herzlich Willkommen zum Zeltsimulator 2018! Ich stelle jetzt hier nochmal ein Zelt auf! Ich weiss gar nicht, ob alle hier... Auch die... Ehringe... Was lachst du für den Scheiss? Das sind wir an, du! Ah, wieso... Ah, die Ehringe! Ich verstanden, die Ehring! Ja, es gibt leider keinen Motorplayer... Wer sicklt da durch? Ah, da! Das ist der Horli! Ja, schau, der andere kommt auch noch! Der schafft es auch noch knapp! Ja, wo? Ah, ein Haas! Ein Haas! Hey, wir kommen nicht... Die Leiter hoch! Also ich ohne Waffe! Sicher nicht! Wo ist der grusige Haas? Stirb! Irgendwie... Sie haben mir schon meine ganze Motivation gebraucht, die sonst nicht vorhanden gewesen ist... Wieso hast du keine Motivation? Nicht vorhandene... Nicht vorhandene... Und ich kann... Scheisse! Ist perfekt nochmal! So, Raffi! Läng das! Oder brauchst du noch mehr? Äh... Mehr! Mehr, mehr, mehr! Mehr! Immer mehr! Weiter, Mann! Mühe gibt sich zufrieden! Was soll das? Oh! Vielleicht wäre nachladen vielleicht... Äh... Nicht schlecht! HALALADA! Ja, genau, Raffi! Längst du sie ab? Boah, aber das Wasser ist schön, ey! Stimmt mal! Was bei zwei da? Ah, mindestens drei, Alter! Ich habe immer noch keine Waffe... Haben wir da noch? Nein! Ich habe noch... Ich habe noch... Ich habe noch eine Pistole! Ja, du hättest... Da hinkommen... Ja, ich bin ja da! Komm, gehen wir rauf... Gehen wir rauf... Und dann beenden wir unsere... Parallel dazu... Er hat über ein Lager Feuer gemacht! Warte, komm! Nein! Schau, da liegt mein Schlafsaal! Schau, da! Gehen wir rauf! Claudio! Oh Mann, ey! Er hat einfach... Er hat einfach sein Zeug wieder mitgenommen... Ja, sicher! Ich dachte eigentlich, wir gehen noch ein Tafelstof-Lager aufschlagen! Ja, das macht... Du kannst eigentlich mehr... Pass! Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, glaube ich... Nimmst du in Minecraft dein Bett auch wieder mit, oder was? Ja, manchmal schon, ja! Wenn ich auf den Erkundungsdauer gehe, dass ich dich pennen kann... Nein! Doch! Ah, ey! Ihr wisst gar nicht, wie es läuft, irgendwie! Puh! Ich würde einen Headshot geben... Weisst du, wer gibt dir einen Headshot? Deine Mutter gibt einen Headshot? Was soll das denn? Was soll gruselig sein? Warte mal... Wie geht das schon? Äh, mit F, F7... Ah, so genau! Passiert etwas, wenn ich es so mache? Puh! 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 Das sieht so mega schwul aus, Mann! Das ist mega schwul! Puh! 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 Aber das sieht geiler aus mit der Leerhand, habe ich jetzt Lerian? Nein! Du grüssiger Siech, Alter, was läuft! Hey, deine Mutter! Nein! Oh ja, feinlich. Weisst du, was mache ich jetzt? Ich laute dich jetzt mal. Nein, komm jetzt! Hast du meinen Schlafsack nicht aufgeschlagen da? Ich kann ja keinen mehr! Ah, ich hätte einen können bauen, du Mann! Ich baue mir eigentlich! Ja, mit dem Stoff hat das Zeug dort, weisst du? Aha, ich habe jetzt ja für sie nicht mehr. Wo bist du jetzt? Ja, wieder am Spahn! Ah, wieder am Spahn, Alter! Ah, der bringt mich um! Jetzt schaue ihm zu, wie du hier herunterlässt. Stimmt die Richtung überhaupt? Ja, stimmt schon. Ja, super! Und schon habe ich einen Zombie hinter mir! Ja, renn, renn! Ja, und da habe ich keine Ausdauer mehr! Renn! Renn, du Noten! Wenn du Wasser trinkst, wird sich deine Ausdauer direkt wieder auffüllen. Ja? Ja, Mann. Das habe ich erst vorher rausgefunden. Müsst du eigentlich immer so Wasser dabei haben. Ja, Wasser gar nicht! Und dann so BAM! Ah, ja Flo! Ja, dann tust du Wasser trinkst, du tust... Hany, 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 Hany. Danke, Hany. Hey, wenn Wasser trinkst, wird sich deine Ausdauer wieder auffüllen. Hey, ich habe doch gemerkt, wenn du Wasser trinkst, fühlt sich die Ausdauer gleich wieder auf. Hey, wenn du ausdauernd bist, scheissest Wasser. Dann tust du Wasser. Wo ist er? Oh, oh! Moment! Mit dem Bohrer nicht durch! Ja, nimm das! Hey, ich habe bestimmt versucht, jemand zu schauen. Bestimmt, ich durchrenne. Warte, ruhig schnell! Leib du den Bohrer schnell weg! Du möchtest meinen Bohrer wieder versorgen, wenn du weisst. Ja, steh jetzt auf der Strasse, links! Ich tue ihn jetzt ganz in die falsche Richtung losen. Ah ja, nein, nein. Das klingt nicht. Das wäre mega geil, einfach so. Weisst du, jetzt müsst ihr auch irgendwo da auftauchen, der gruselig siehe. Nicht? Aber dass er es geschafft hat bis jetzt, ist eigentlich nicht schlecht. Ich finde es ja mega schlecht, mega schlecht, dass er es geschafft hat. So, wo ist er? Wo ist er, der gruselig siehe? Ich sehe ihn nicht. Mal schauen. Ah doch, jetzt müsst ihr es nicht sehen, so in die Richtung. Ah, voll der Konter. Jetzt bin ich noch nicht über den Fluss. Ah nein, den habe ich ja vor. Läuft man gar nicht nach. Wir sind aber alle da. Ja, mindestens. Wieso? Ja, weil ich noch irgendwie ein... ...der Leben habe. Wieso? Weil mich die Zombies angegriffen haben. Und... Ich bin jetzt mit dem... Ah, jetzt sind Hintertür Zombies. Bist du schon im Fluss, in einem Fluchtransit wie drüber? Ja, ja. Die sind verdammt schnell. Dein Leben regeneriert sich aber... Ja, mega. Woher weisst du das jetzt? Ja, unterdessen sind auch Zombies. Wir sind hier hoch gekommen. Ja. Ja. Wer hat mich jetzt so gebraucht, Mann? Nein, komm! So eine... Also das ist echt gemein. Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Hey, hast du die Schlapsen-Knitte aufgestellt, du Monk? Beenden wir die Odyssee! Ja, ich hätte gerne... Ja, ich würde sagen... Ich würde... NAAAAAAAAN! Danke für das! So ein grusiges Sieg! Kill mich noch nicht! Ah, hau ab, du Schlampen, Mann! Oh, jetzt habe ich endlich auch eine gute Waffe. Ja, super. Aber ich nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir es für heute. Ja, ist gut. Okay. Tschüss miteinander! Ciao, ciao.